Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Ein Sprichwort, das wie kein anderes für Mut, Entschlossenheit und Weitblick steht. Eigenschaften, die es braucht, um die Wege unserer modernen Gesellschaft zu ebnen. Eigenschaften, die uns seit 1963 zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Die Rädlinger Unternehmensgruppe. Ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz im oberpfälzischen Cham. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Bau, Maschinenbau, grabenlose Rohrsanierung, Photovoltaik und Elektrotechnik sowie Berufsbildung. Eine Vielfalt, die unser Streben nach Innovationen widerspiegelt. Der gegenseitige Austausch von Wissen und Erfahrung ist dabei ein unverzichtbarer Wettbewerbsvorteil. Rund 1300 Mitarbeiter sorgen mit ihrer Kompetenz und Leidenschaft dafür, dass hinter all unseren Projekten ein nachhaltiger Erfolg steht. Ein umfassendes Kompetenzspektrum rund um den Bereich Bau bildet den Kern der Unternehmensgruppe. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir hunderte Kilometer Bundesstraßen und Autobahnen in ganz Deutschland gebaut und so maßgeblich zur Entwicklung der Infrastruktur in den alten und neuen Bundesländern beigetragen. Beim Verkehrswegebau zählt langjährige Erfahrung heute mehr denn je. Selbst die aufwendigsten Straßenbauvorhaben können wir dank modernster Technik und fundiertem Wissen flexibel realisieren. Im Bereich Asphaltbau setzen wir ständig neue Maßstäbe beim Bau und bei der Sanierung von Asphaltflächen. Nicht nur die Abwicklung, sondern auch Planung und Kalkulation können von strategisch günstig gelegenen Standorten aus übernommen werden. Auch im Ingenieurbau hat Qualität höchste Priorität. Effizient und zuverlässig koordinieren und realisieren wir die Instandsetzung von Brücken, Unterführungen und Tiefgaragen. Die Errichtung von Lärmschutzwänden, Hochwasserschutzmaßnahmen und Rohrleitungen erfolgt stets in enger Abstimmung mit den Bauherren und Planern. Eine zukunftsorientierte Denkweise und die Motivation unserer Mitarbeiter haben es in den vergangenen Jahren ermöglicht, weitere Märkte zu erschließen. So stellen heute auch der Netz-, Hoch- und Bahnbau bedeutende Standbeine dar. Die Versorgung unserer regionalen Bauprojekte stellen wir mit eigenen Rohstoffen sicher. Bei Bedarf auch rund um die Uhr. Neben firmeneigenen Steinbrüchen und Kiesgruben gewährleisten die eigene Asphalt- und Betonherstellung den Nachschub des erforderlichen Materials. Ganz im Interesse von nachhaltigen und effizienten Prozessen, die Teil unserer Firmenphilosophie sind. Für eine reibungslose Abwicklung selbst anspruchsvollster Bauprojekte bedarf es nicht nur der engen Zusammenarbeit aller Unternehmensbereiche, sondern auch bester Baumaschinenausrüstung. Aufgrund dieser Tatsache wurde 1988 die Rädlinger Maschinen- und Anlagenbau GmbH gegründet. Die Praxiserfahrung auf den Baustellen sorgt ständig für neue Entwicklungsanreize. Nur so können wir patentierte Baumaschinenausrüstung in Serie und Sonderlösungen fertigen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Die Produktvielfalt kennt dabei kaum Grenzen. Ausstattungen von Minibaggern und Radladern gehören genauso zum Angebot wie Löffel und Schaufeln für Großgeräte in härtesten Praxiseinsätzen. Die Bereiche Stahlbau und Lohnfertigung runden das breite Angebotsspektrum ab. Hier zählt vor allem eines, Individualität. Dank modernsten Fertigungsmethoden können wir selbst die aufwendigsten Kundenwünsche erfüllen und dabei Zeit und Kosten sparen. Ein Ansatz, der bei Rädlinger immer wieder der Motor für revolutionäre Entwicklungen ist. Wie bei dem System Primus Line, das einen weiteren Bereich der Unternehmensgruppe darstellt. Primus Line ist eine grabenlose Technik zur Sanierung von Druckleitungen für unterschiedliche Medien wie Wasser, Gas und Öl. Ein flexibler Hochdruckschlauch bildet zusammen mit eigens entwickelten Verbindern die Basis des Verfahrens. Statt der aufwendigen Erneuerung einer schadhaften Leitung wird Primus Line einfach in das bestehende Rohr einbezogen. Dadurch ermöglichen wir eine zuverlässige Sanierung und schnelle Wiederinbetriebnahme der Rohrleitung. Ein zukunftsweisendes System, das nicht nur besonders wirtschaftlich ist, sondern auch Landschaft und Ressourcen schont. Unser gesamtes Handeln beruht auf einer nachhaltigen Denkweise, immer mit Blick auf unsere Umwelt und die Natur. Die konsequente Nutzung der Sonne als Energielieferant der Zukunft ist die Aufgabe der RW Energy GmbH. Die Solar- und Elektrotechnik-Sparte der Unternehmensgruppe Rädlinger bietet alle Wertschöpfungsstufen eines Photovoltaikprojektes, von der Entwicklung und Planung über die Lieferung und Montage von Anlagen auf dem Dach oder auf Freiflächen. Wir sehen uns dabei als ganzheitlicher Partner und übernehmen auch die Wartung von Photovoltaikanlagen oder Speichertechnologien. RW Energy plant, projektiert und errichtet zudem elektrische Installationen für Niederspannungsanlagen, sowohl im industriellen als auch privaten Bereich. Ein familiäres Arbeitsumfeld gehört in allen Unternehmensbereichen zur Philosophie von Rädlinger. Zudem legen wir großen Wert auf die Ausbildung und Förderung von jungen Menschen. Das firmenzugehörige Berufsbildungszentrum in Schwandorf leistet deshalb einen großen bildungsrelevanten Beitrag in der Region und bildet für viele namhafte Unternehmen Fachkräfte aus. Das BBZ bietet praxisnahe Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung sowie zur Umschulung in den Bereichen Metallverarbeitung, Elektronik und Mechatronik. Modernste Maschinen, kleine Teilnehmergruppen und qualifizierte Ausbilder ermöglichen eine zeitgemäße Bildung. Aber auch innerhalb der Firmenbereiche ist der Erfahrungsaustausch ein wichtiger Punkt. Ausbildung und berufliche Qualifikation sind uns ein großes Anliegen. Denn der gemeinsame Erfolg sichert unseren Stellenwert als verlässlicher und zuverlässiger Arbeitgeber. Das Miteinander in unserem Team verbindet alle Abteilungen und sorgt für eine harmonische und gleichermaßen moderne Arbeitsatmosphäre. Unsere Standorte drücken auch architektonisch aus, wofür Rädlinger steht. Offenheit, Wertschätzung und Nachhaltigkeit in Hinblick auf die Zukunft. Dass alle an einem Strang ziehen, zeigt sich nicht zuletzt auf den regelmäßigen Firmenfeiern, bei denen auch die Familien der Mitarbeiter einen festen Stellenwert haben. Für Erfolg braucht es Entschlossenheit, Weitblick und vor allem Begeisterung. Ein Weg entsteht, wenn man ihm geht. Gehen Sie mit uns auf neuen Wegen. Rädlinger. Wir leben Bau.